Das sieht nach viel Spaß aus. Doch zu wem gehört die lustige Rasselbande? Hier präsentiert uns Moderatorin Annika Lau ihre drei Kids. Vater ihrer drei Kinder ist Schauspieler Frederik Lau. Seit nunmehr acht Jahren geht das Paar gemeinsam durch die Welt. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2013 bei einem Videodreh. Bei den Kussszenen ist es dann schnell um die beiden geschehen, wie Annika in einem Interview mit der Bild-Zeitung verrät. Uns hat es beide beim ersten Kuss umgehauen. Und so haben wir einfach nie wieder damit aufgehört. Nur ein Jahr später kommt dann Töchterchen Lieselotta zur Welt und grünt das Liebesglück des Paares. Am 1. April 2015 folgt dann das Jahrwort. Ihre elf Jahre Altersunterschied sind für die beiden kein Thema. Mittlerweile ist die Lau-Familie zu fünft. Neben ihrem vierjährigen Bruder Buds Barn bekommt Lieselotta im Mai 2019 mit dem kleinen Bruno Charles ein weiteres Geschwisterchen. Wie sehr die drei ihre Mama auf Trab halten, zeigt sie nun via Instagram. In einer Reihe tanzt die Kinderschar durchs Wohnzimmer. Vor allem Bruno, der sich am Shirt seines großen Bruders festhält, hat sichtlich Spaß. Dass einem mit diesen drei Blondschöpfen nicht langweilig wird, können wir uns denken.